soll ich den raum erstellen ich mache ein spiel auf ihr joint dann hinterher ja das macht gar nichts ist so chillt mal herrlich fängt ja schon mal hervorragend an alter wer bin ich denn warum nimmst du da nicht wie sie schreit nur bei der spieler drei mädels gegen gegen nico so muss sein ja viel erfolg mal sehen viel glück wünsche ich auf jeden fall nicht spaß ist ja das ja toll rum rüppel raus toll am anfang ist mir erst mal training ja bitte ja das gut kommt da muss man nicht üben schön nico selber gebacken acht ob sie es geht schon los kann ich sein ja das gefällt mir schon gar nicht in welche richtung das hier geht na gut frauenpower dann ist der würfel doch am besten glaube ich ich mag das gar nicht weiß ich dass ihr das nicht mögt nico und kevin das ist nichts für die du bist so blöd alle ihr seid alles ich wusste nicht mal dass der antäuscht wusstest du wohl mies aber du kriegst ein item er hat doch sogar am anfang gesagt hört nicht zu der kevin oh die glocke ist gut ne die holt den buh hol dir die glocke jetzt jetzt du hast nur begrenzt oh der war knapp oh das musst du mir auch erstmal schaffen entschuldige bitte einmal du hast das nicht einmal laufen gelassen du bist sauer ich glaube der kevin ist echt sauer drückt ganz ruhig hündchen aufpassen komm her komm weiter oh mein gott nein alter guck mal meine interne ich glaube das hat nico gewonnen krass nico berührt den ja fast nico kann denn ja 0,1 ja krass heftig geh ich auch auf item ich brauch mal 8 ich hoffe 8 war richtig ja stand da ja auch 8 bis zum stern du musst ja nicht auf dem stern landen ich wollte auf das item fällt einfach jetzt sogar ja stimmt läuft richtig bei mir das kann ganz böse sein also du kannst aber auch übel lucky sein alle müssen ne 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 kevin boah ich bin pleite halt einfach hey wo hast du der seya die habe ich gar nicht zur auswahl ne ich habe auch ganz andere ich kaufe aber das ist bestimmt man kann sich auch hier gratulation das hast du gut gemacht alle gegen kevin komm jetzt auch eine fertig alle gegen kevin oh das gut da gibt es richtig münzen strengt euch an da hat der voll den vorteil weil er oben ist ja 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 aber ich dafür ist wohl er bei bowser war er sieht aber auch nicht die sachen kommen das ist halt auch richtig guck schon runtergefallen ja weil man oben ein feld ist ja viel kleiner für die sachen einfach lassen wir was über daran habe ich nicht gedacht und vor allem wir drei sammeln zusammen guck mal unsere Münzen mit ich habe so gecheatet ich war die ganze zeit links in der ecke ich habe alles bekommen ich glaube ich habe allein 20 toll richtig toll gg für uns voll gut voll gut vielen dank für eure mühe ja kein ding ne jasmin guck mal wie klein mein brett auch ist ja ich finde das spiel komplett unfair und dann wir drei sammeln und auch auf dem größeren feld das war nicht unfair das war voll gut das haben wir gut gemacht gut nico gut gespielt es ist unfair was gibt es hier itemladen ja ich habe geld komm kaufe ich warbwürfel spieler doppel kann man mehrere sachen kaufen weiß das jemand dreifach würfelt ja immer nach oben drückt seitens habe ich dreifach hätte ich mal richtig gewürfelt ich hätte eben einfach nur eine blöde den würfeln müssen auch so ein zweier würfel super versus der kann nicht mal bei diesen rüpel bezahlen du hast nicht mal genug geld um die bank sogar zu bezahlen jetzt geht es ab vom münzeinsatz vor allem du kannst nur eine münze machen das ist jetzt auch ein bisschen scheiße irgendwie witzlos da ist vier toll das ist ein zimtenwölz jürger geringverdiener ach komm ich spiel mit sieben ich brauche Geld die du nicht mal hast das sollt von allen sieben und von ihm nur vier wie unfair in den menü spielen bin ich immer so gut ich bin so schlecht in solchen spielen ja ich auch weg ist sniped den pilz da sehe ich mich ich gehe noch ein plus Münze ich habe eigentlich plus gemacht von einem die du geschenkt bekommst aufs spiel ist das um alles da sehe ich mich ja ich bin so ein rates Spiel oder was ne das ist komplett kacke das ist so ein dreck weil man hat das gefühl du weißt selber manchmal nicht wo die hinlaufen ja stark kevin er hat sich einfach gar nicht versteckt ja ich habe gar nichts gemacht das ist alles knopf drücken ja wir müssen uns einfach nur verstecken am besten nicht zusammen das ist einfach nur lack alter aber können wir noch drücken wenn der vorhang schon zu ist kevin ist echt eine granate im spiel ich habe mich doch dahinter versteckt du musst den knopf drücken nicht laufen ich habe doch eben gesagt so vor allem da sind doch knöpfe auf den bildern ist das warum kann man nicht dahinter laufen jetzt endlich mal oder stehen ja und ich kann auch ich kann auch trotzdem diese logik ja ich habe es trotzdem ja wenn ich mich verstecken wochen kann ich nicht und abgehen letzte runde 50 50 was das denn ne ne ich hasse lack sachen aber bitte nicht dreimal hinterm gleichen versteckt und auch derjenige kommt dahin net... desto ta approved hast du fünftríx Münzen dafür bezahlt alter o Star verstehe ferriss diealnya då Das ist das schlimmste Minispiel, du kannst als Torwart nicht gewinnen. Also nicht komplett durchdrücken, Peach. Nee, nee. Warum sagst du Peach? Immer noch so ein bisschen. Ja, ja. Schönes Ding. Ja, super. Ja, was soll ich hier tun? Halt doch mal was, du Fliegenfänger. Es ist so dumm das Spiel. Halt doch mal was. Das ist so dumm. Ja. Das gefällt mir halt. Ja, du konntest wenigstens... Ey, ich wäre richtig ausgerastet, das war ja nur Lack, aber hier kannst du ja wenigstens versuchen was zu machen. Und wenn einfach zwei immer in eine andere Ecke schießen, dann machen wir das. Ja, haben wir gut gemacht Kevin, sehr gut. Ich hab 23 Münzen. Könntest du einen Stern kaufen? Ich kann einen Stern kaufen. Ja, kauf dir einen Stern. Nee, ich glaub nicht. Kauf dir einen, dann müsst ihr auch mal einen hast. Geben alle einen. Wenn ihr einen kauft, spielt euch das 2023. Wuhuhuhu! Oha. Oh ja, sicher. Ja, das muss halt einfach sein. Ey, das hat einfach nur Glück wird. Ey, ich spiele mit dem nicht mehr. Ich spiele mit dem nicht mehr. Schade, dass er sich nicht verdrückt hat. Ja, du brauchst das einfach. Weißt du was ich meine? Der Spiel weiß einfach, wer gut ist und wer nicht. Alles klar, RageGrid. Ciao. Sei ruhig, du Ringverdiener. Boah. Ja, weil es sonst kein anderer sagt, ne, André? Mir schlecht. Oh, jetzt kommt eine Null. Passiert dann was? Nee. Alle Sterne weg, alle Münzen weg. Ich hab von Innalen ab. Bitte, mach den fertig. Ried nur Münzen, glaub ich. Das ist schlecht, weil ich wollte mir noch einen Stern holen. Ja, natürlich hast du nix, ey. Ach so, oh, Peach. Oh, Alter. Mio 46, Alter. Sorry. Ey, das machen wir nicht mal auf André. Was soll das denn? Ich dachte, das trifft den, der da drauf ist. Junge, was für eine Rotze. Also wenn ich am Ende nicht mal Platz 4 bin, bin ich schon echt glücklich, ne? Jetzt bin ich sauer. Wieso haben wir das angefangen zu spielen? Einfach alle fucking Münzen. Ey, komm, 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 komm. In einer Runde. Ich hab halt ne 20 gewürfelt. Ja. Jasmin ist richtig sauer. Das hat einfach nichts mit Kommen zu tun. Das Spiel hat überhaupt nichts mit Köln zu tun. Ey. Alles nützlich. Ach, dem war nicht mein Stern. Von mir eine. Ja. Damit ist er auf dem gleichen Platz wie du, Jasmin. Ja. Du musst den ersten nur stürzen. Ist mir egal. Okay. Sorry, du. Ich muss noch stürzen. Nein. Geld. Nein, du musst André stürzen. Er hat schon drei Sterne. Ja, aber Nullmünzen muss der haben. Ja. Nullmünzen. Halt auf André drauf, ey. Ich hab ja nochmal so einen tollen Würfel. Wehe. Wehe. Ey, und gerade da, wo ich weg bin, ne? Ich hab ja eh kein Geld. Was soll's. Geh weg. Geh weg. Wett ansehen. Oh, sorry, Nico. Hau ab. Sorry. Ey, hätt's jetzt wirklich bei mir gemacht, wegen dieser allen Münze, dann hätt ich echt blauen verloren. Das wär geil gewesen. Einfach aus Prinzip. Mhm. Ey, bleib doch wenigstens der, ey. 16. Kannst du direkt noch einen Stern holen. Schroder rein in der Wichsale. Sehr gut. Weiter so. Ey, Junge. Super gemacht. Oh. Wenn jetzt dein Stern wieder weg ist, dann lach ich. Damit gewinnt doch André nur noch mehr, weil ich dann keinen Stern mehr kaufe, dann du Sack, ey. Bowser-Revolution. Ich möchte aber nicht meinen Stern verlieren. Ja, du bist so. Du verlierst einen Stern, das wär übel witzig. Bowser hat die Hälfte deiner. Ja, kann ich nicht. Verdien. Arschloch, ey. Mein Geld spielt der hier. Direkt ins Kassio zur Pause. Oh. Alle gegen Kevin. Junge, ich geh so drauf. Oh, wieder Münzen. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt sammeln fürs Team oder nicht? Leute, jetzt fängt das hier an, dass Kevin seinen Lack kriegt, Alter. Wir hätten gerade alle auf den drauf gehen können, nö. So ein Spiel, wo der Geld kriegt. Stimmt, der kriegt ja automatisch das Geld, ne? Ja, da gibt's kein Spiel. Ciao, jetzt hab ich einmal nicht hingeguckt. Tudum. Oh ja, der wird viel München da bekommen. Oh, krass. Der wird hier viel, ähm, Kevin. Ja, ich... Er hat das Spiel noch nicht verstanden. Er muss noch gucken. Egal, du musst doch gar nichts machen. Er muss noch links und rechts. Drehen. Ich würde erst mal gucken. Bedarf viel Übung. Der André braucht... Ey, der André hat mir gerade auch nichts gesagt, ne? Ja, André ist auch nicht schlimm. Na, hol das, hol das, hol das. Das ist ja schon witzig, ne? Ah, der Sack. Ah, hol das, hol das. Nein, 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 nein. Ihr alle. Ja, nein, hol dir, hol dir, hol dir. Oh, ich hab dich da bekommen, den Sack. Nein, ich hab den bekommen. Nein, ich hab den bekommen. Nein, ich hab den bekommen. Nein, nein, das war ich. Ich geh auf meinen Pfarrer. Älter. Boah. Ende. Man kommt nicht hoch, wenn er dreht, ey. Ich find's immer noch bescheuert, dass wir alle 3 jetzt 22 Minuten kriegen. Ja, das ist echt krass. Ich find das gar nicht so schlimm. Ich find das gut. Nee, aber jetzt. Das ist halt unlogisch, ne? Ja. Oh, alle gegen mich. Jetzt nicht Geld. Bitte nicht wieder so ein Lack, denk. Das ist wieder so ein Lack. Echt? Nein, das ist komplett bescheuert. Kopf bewegen, loslassen. Oh, ne? Der macht Bewegungen und wir dürfen nicht die Bewegung am Ende haben, die der gemacht hat. Also, wenn er am Ende nach unten guckt, dann dürfen wir nicht nach unten gucken, alle. Das ist echt alles? Ja. Aber hier mit dem rechten, ja? Ja. Natürlich. Geradeaus gucken geht auch. Das ist ja einfach, das ist ja einfach nur Lack, ey. Ja. Du kannst halt mehr oder weniger antäuschen, mehr nicht. Das ist so, ich frag mich, was soll so wenig wie der, ey. Ja. Weil ich ja nicht kriege, kann das denn. Aber, nee, weil wir haben ja schon nach unten geguckt, die konnte auch noch direkt. Guck. Hm, okay, stimmt. Nein. Oh, oh. Toll. Das ist echt ein Scheißspiel. Ach, was ein Rotz. Ja. Ja, ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Aber so ist ja gut. Ich habe ja auch schon viel verloren hier, weil man kann nicht alles gewinnen. Lutschuh. So gesehen ist das schon gut. Oh, das ist cool. Oh, eins gegen drei. Wir müssen den einsammeln, äh, kriegen. Ja. Dann müssen wir den einkesseln, Leute. Ja, gut so, gut so. Hab ihn. So müssen wir das machen. Genau so. In der Ecke und dann holen wir uns den. Oh, das geht vorbei, die schlängeln, Alter. So. Lopp. Überwitzig. Wild. In der Ecke locken, ne? Gut. Hä? Sehr gut, Jasmin. Stark. Der Controller hat gehabt. Na klar, der Controller. So schnell geht das nämlich. Ja, vielleicht kommt der nächste Runde dann nochmal. Hat der Junge einfach schon wieder eine fucking 20 geworfen? Ja. Ich wusste es. Du sag, ey. Ja! Ach, stimmt. Oh, nee, das war, okay, das, äh, hab ich nicht gesehen. Fuck. Ja, ja. Mann. Wenn ich gleich nochmal 50 hab, mach ich das Zufall. Ja, nee, habt ihr recht. Ich hätt, äh, der hätt ich Zufall machen können. Aber auf Nico ist auch immer gut. Mach mal, dein Ding da werkt. Ich hab fast nicht gesehen, was ich auswähle. Ich seh diese Stickerauswahl über den. Alter. Ich hab vor, ich hätt's auf Nein Danke gedrückt. Ja, das ist nicht wahr. Oh, na, endlich. Oh. Damn. Macht sie Zufall? Ja. Nee, jetzt nicht Zufall. Jetzt gibt's wieder einen, der führt. Ja. Okay. Okay, tut's ja auch nicht weh. Also. Ja. Das war für vorhin. Mann. Dass du mir die ganzen Münzen weggenommen hast. Will mal 2 gegen 2. Ja. Das Spiel ist schlimmer als Mario Kart. Ohne Witze. Was? Alter, Alter! Okay. Da war fast keine Lücke mehr. Nee, Nein! Jaswinen ist weg! Jaswinen ist weg! Ja! Không. Nein, ich bin nicht weg! Oh mein Gott. Scheiße, Scheiße! Oh my Gott. Oh mein Gott. Hasse dieses Spiel. Was ist das denn? Hilfe! Hilfe! Oh, Alter. Viel Glück, ey. Äh, Jasmin, wo bist du? Wo bist du, Jasmin? Jasmin hat mich angerufen. Jasmin, wieder mit euch. Nein, danke. Dass man überhaupt Nein sagen kann. Gratulation an bist du selber. Gratulation. Komm, ich gratuliere dir auch. Vielen Dank. Jasmin, du hast aber nur 19 Munzen. Die hat nur 19 Munzen. Kann ich nicht tanzen? Seh ich jetzt erst? Oh, das tut weh. Das tut weh. Ja, vielleicht ist er halt nicht mehr da, ne? Ja, Kevin geht da jetzt mit der Ruhr rein. Du hast doch noch eins. Aber Kevin geht da jetzt eh nicht mehr. Ja, ich weiß. Aber das war schon mal nice. Ja. Tut mir leid. Oh, ist schon okay. Bin hart im Nehmen. Na gut. André wird jetzt gebrochen. Verzahlen aber auch. Noll. Er haut noch Kacke, ey. Na moin. Nein, danke. Nein, danke. Vielleicht ist direkt noch einer in meinem Laufweg. Jaaa. GG. Danke. GG. Well played. Weil das mein Ende war. Toll. Scheuer. Jetzt fertig gemacht. Ja. Hm. Vor allem du kannst ja auch nicht mal abgucken. Du weißt es ja nicht. Das ist halt echt wie der 50-50 lag. Hm. Nein. Nein. Shit. Fall auf die ganze Zeit runter, ne? Ja, André gewinnt das Ding. Ey, das ist so. Ich gehe einen Schritt nach vorne und fall direkt wieder nochmal runter. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo der langlaufen ist. Scheiße. Ich bin zweimal rechts. Ich bin falsch rumgelaufen. Oh mein Gott. Der rutscht aber auch immer so an den Rand dran. Wie schon wieder hier. Das ist echt nicht einfach gewesen. Aber André, du bist kein einziges Mal runtergefahren, ne? Ne, ne. Klasse Scheiß. Das ist mir egal. Ach, Maul. Ihr könnt doch auch mal 2 gegen 2 machen. Jo. Ich wurde... Wie, der bleibt unten. Das wäre einfach. Ja, stimmt. Oh, seriously? What the fuck? Bei mir leckt es? Ja, bei mir auch. Es leckt mir auch. Ja, okay. Sehr toll. Oh, Mann. Ich habe dieses Spiel. Ey, normalerweise ist das ein Free Win für mich. Bei mir leckt es. Alter, was ist das denn? Ey. Der drückt mehr Adem. Du musst Adem. Das kann nicht schneller. Das kann nicht schneller. Bro. Das war jetzt so behindert. Mensch. Wer hätte das gedacht? Was für eine Kacke, Alter. Und normalerweise gewinnt immer alle, wenn die durchkommen, ne? Aber nö. Über diesen Spiel dann wieder nicht. Das ist echt so, ne? Ja. Obwohl ihr mitten rausgekommen bist. Ne? Du wirst zurück ins Wasser geworfen und gefressen. Ja, klar. Ja. Alle gegen Jasmin. Männer, wir müssen gewinnen, Männer. Wir müssen gewinnen. Ja, strengt euch an. Oh, das ist gut. Ja, ja. Ja? Aber das ist eigentlich eher besser für den einen Spieler. No! Ja, ja. Ach komm. Das ist echt nicht einfach. Das ist fies. Das ist fies. Ja, das kannst du vergessen. Kannst du uns gewinnen, richtig, eigentlich. Ich weiß nicht, dann habe ich direkt doch mal Glück, aber irgendwie machen wir doch nichts. Was? Wann bist du sofort draußen? Ich war ja in der Mitte vom Feld. Alter! André, konzentriere dich! Schön mal. Red nicht. Nein! Jasmin ist richtig am Kämpfen, man merkt das. Krass. Du hast dir gleich. Ich kämpfe. Für uns Männer. Ich hab ganz ehrlich, ich hab das meiste gemacht. Alter, Nico. Ich carry euch so. Jedes Dreierteam, was ihr mit mir spielt, gewinnt ihr. Danke, Jasmin. Das habe ich nicht gecheckt ohne dich. Nächstes Mal ohne André und ohne Jasmin. Und ohne dich. Hallo, ich bin auf dem letzten Platz, Mann. Ja, Mann. Kannst du trotzdem hoffen. Ja, Mann. Kannst du trotzdem hoffen. Komm, ey. Blübbel. Ah. Aber Kevin hat es auch rufen können. No risk. Mit einer 2. Wollte ich gerade sagen. Hetzel. Boah. Na, sei. Ihr letztes Runde. Ja, das stimmt. Okay. Deswegen hab ich nicht. Ich hab schon sagen, ey. Jetzt hätte sie nichts ohne noch. Wäre aber auch riskant gewesen. Man kann auch was niedriges würfeln. Ja, jetzt sind eins. Gewürfel, aber krass gewesen. Aber hat er in Lack? Nee, da wäre das nicht passiert. Aber das Spiel hat echt fast nach rechts. Kevin Zweiter. Ja. GG, Kevin. Dafür, dass du mal bei 0,0 warst. Guck mal wie lange. 0 Sterne, 0 Münzen. Boah, das hätte man noch machen müssen. Das Feld, das ist krass. Gibt da noch andere Bretter? Da werden dann Sterne und so getauscht werden. Oh, ist das ein Fick, ey. Man kann das nicht sehen, wie der... Nee. Nee, kann man nicht. Man muss es einfach nur schätzen. Oh, Kevin. Oh, nee. Ey, ernsthaft. Das hat aber so eine lange Verzögerung, ey. War gut gemacht. Da hatte ich Glück. Stabil. Ach. Ich glaube, ihr müsst das nochmal raus, genau. Nein! Nein! Oh, das kann nicht wahr sein. Aber nicht damit gerechnet, dass man zurück muss. Ja. Ich dachte auch, wer vorne ist, gewinnt. Deswegen habe ich es auch klar gemacht. Deswegen habe ich auch nicht mehr... Scheiße. Hätte man das gewusst, ey. Kann andere das Ding mit nach Hause nehmen. Ich kann auch nochmal absetzen. Guck. Boah, das war knapp, ey. Boah. Das ist unglaublich. Boah. Das ist unglaublich. Boah. Boah. Das ist unglaublich. Boah. Vielleicht kriege ich den sogar. Ne. Ich glaube andere kriegt den eher. Die meisten Münzen? Na ernsthaft. Toll! Ich habe so viele Münzen zwischendurch, dass ich nicht wie das gewertet, dass ja nur geklaut, und die Spielbonus kriegt an. Daisy! Mensch, wer hätte das gedacht! Mmh er freut sich irgendwie richtig den krieg ich safe nicht ich glaub Kevin ich glaub auch Kevin Kevin, zweiter Platz ich bin stolz auf dich GG ja, hat wirklich ganz viel Spaß gemacht mit euch hört doch auf man muss doch nicht gewinnen, um Spaß zu haben yo, Junge du sagst mir das gar nicht ja, tschau dass du ja das sagst dass du das sagst und dir mal sagen wir mal wieder das blöde Beispiel lass uns doch mal FIFA spielen da sagst du immer so oft rein so Junge, das war ja ganz also diese Aussage am Ende gut, dass du gleich bist